herz freundet sie kommen zu einer neuen folge der folge ist um der letzte mal als wir gespielt haben großen fehler gemacht dem ich vergessen habe zu speichern müssen es heißt alles normal spielen verdammt ja wir sehen uns gleich im spiel so wie ihr seht müssen wir komplett neu anfangen das war der größte fail den ich hier mein ganzes leben gemacht habe wir haben nicht die natürlich gleich wieder voraussetzungen als wir fangen wieder komplett von vorne an was ich echt beschissen finde aber ich kann das jetzt gerade nicht ändern wir sind jetzt an einem anderen ort leider auch gespawnt komplett woanders der see ist leider weg den hätte ich gerne behalten aber das heißt wir machen aber wir machen das trotzdem das gleiche wie vorhin wir bleiben beim flugzeug hochgelaufen in einem so guten start finde ich so als erstes ein lager findet die vermisst zu öffnen vermisst flugzeugpassagiere und findet in knall und hier fangen wir mal von vorne an wir bauen uns erst mal so ein kleinen unterstieg erst mal wie der hier der kommt vorbei da ist ein Reh gut ah scheiße ich muss die Tastenbelegung hier auch mal wieder das kommt nach unten so mein gott die Steuerung so wir wollen uns hier unser Haus wieder haben hier ne so das kann man auch so hochbauen aber das will ich gar nicht erstmal kommt es hier hin ungefähr so dann aber erstmal wie gesagt unser kleines Unterschlupf kommt direkt daneben wie vorhin wir brauchen natürlich auch erstmal Sachen ja das Reh bleibt uns erstmal jetzt egal ich hoffe einfach nur hier werden wir nicht so oft attackiert oder so wir machen einfach ganz viele Bäumchen ab und so und bauen uns erstmal eine kleine Unterschliffe erstmal oh man das tut mir echt leid ich kann ja gar nicht so oft sagen wie es so leid ist dass wir jetzt noch vorne anfangen müssen ah scheiße wir müssen jetzt aber wieder hier freiräumen vor allem es lief so gut es lief so gut es lief so gut vielleicht können wir das Reeder mit dir schlagen vielleicht können wir das Reeder mit dir erschlagen hier können wir nicht egal Gut, dann halt den ganzen Spaß von vorne, aber kommen so Klappen jetzt auch noch nicht. Wir hatten zwar schon gut Fleisch, waren eigentlich ganz, einen ganz guten Start hatten wir, aber ich versuche einfach nur zuverlässig zu bleiben. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, speichern wir. So, ausfällen. So, speichern wir, überschreiben, bestätigen. So, das Spiel, das Spiel, das Spiel hat mega. So, das haben wir jetzt mal gespeichert. Weil, ich glaube, das können wir lieber woanders zu machen. Das hier ist ja schon so eine kleine Lichtung, ich glaube, hier können wir uns das Schlager lieber hinstellen. Das heißt, hier kommt das hin. So. So, das ist ein bisschen nervig jetzt. Einfach erstmal ein paar Bäume abholzen. Ah, warte, wir müssen kurz was trinken. So. 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 So, dann werden wir auch erstmal, dass sie direkt wieder daneben stellen. Okay, das ging echt irgendwie leicht. Ich glaube, das ist irgendwie das zwischengepackt. Aber haben wir erstmal was zu fressen. Die Vögel haben Angst, okay. Hochsteine. Warte, ich muss aufhören zu rennen. Ah, jetzt rennen wir zurück. Okay. Da brauchen wir noch ein paar Steinchen. Das hat mir eine Spinne betötet. Perfekt. So, wenn ich dann schlafen müsste, würde ich dann mal direkt da vorne hingehen. So. Dann fangen wir aber auch direkt mal an mit den Fallen erstmal. Dass ich die mal irgendwo hierhin stelle. Ich würde sagen hier hin. So. 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 sind auch nicht ihr weg die Oh, ich glaube, hier ist das Loch, oder? Nein, hier ist das Meer. Okay. Aber ob mich das so erfreut, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass von der Seite nichts kommt. Fuck, dagegen? Nein, schade. Solche Sachen bräuchte ich heute mein Bogen, aber ich habe kein Seil. Jetzt muss die Bäume hier mal alle fallen. So. So, so. Damit wir hier auch noch mal ein bisschen vorankommen. So. 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 Feuer geflogen. Okay, ich werde jetzt... Oh, in meiner Falle ist schon was. Das ist doch schon mal gut. Oh, da ist da was drin. Irgendwie nicht, ne? Da war nix drin. Komisch. So... Irgendwie habe ich mich mal als anderen Welt wohler gefühlt, bin ich ehrlich. Okay, zwei direkt neben mir. Also das wird ja echt hier... Okay. 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 Der Wind ist hier aber auch heftig eh. Der Wind ist hier aber auch heftig. Scheiße Ja, dann ist das Ding kaputt! Ah, ist das nervig Ich weiß, ich hoffe, dass ich zwei mal drauf gehauen hab Okay Okay, noch ein Reh Das ist schon was Kann ich kein Fleisch mehr tragen? Ach du Scheiße Schnell so was bauen die Warte Da Da So Ich hoffe, dass es reicht Nein, wahrscheinlich nicht Ein Stock fehlt mir Ich muss gleich, dass es nicht so viel Fleisch gibt Oh Muss hier vorne noch mehr Fleisch liegen Kann ich schlafen, bitte bitte bitte? Nein, kann ich noch nicht Oh 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 Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Grafik mega gut finde Oh Oh Vielleicht kann ich das auch entzünden, vielleicht macht das auch mehr Licht Bisschen mehr Ok Meine Behausung ist noch nicht ganz fertig Aber macht ja nichts Jetzt kann ich doch bestimmt schlafen, oder? Ja Immer noch nicht Komm, ich nehme mir mal blaues Na komm, ich will schlafen Komm, lass mich schlafen Komm, lass mich schlafen Komm, lass mich schlafen Komm, lass mich schlafen HOLY SHIT, da hab ich mich grad erschrocken Verpiss dich Musst du schnell weg HOLY SHIT, da hab ich mich grad erschrocken Alter Pfeiler, ich hab mir grad so... Ey, ich hab grad so ne Gänsehaut bekommen, ne? Ja Komm da her, du kleine Bitch Kleine Schwuchtel Krass Krass Spürwer Krass Peak Krass Alte Leute, ich hab mich grade zu todes erschrocken To- to-de Oh mein Gott Schnell schlafen gehen Scheiß auf die Knochen Ich muss schlafen gehen Oh, doch nicht Okay, okay Ich geh zurück Ich geh wieder weg Moin, Alter Komm her, ich boxe dich Ich boxe dich Ja, geh weg Du kleiner Piech Da ist noch einer Oh nein, ich hab meinen Ich leg mich mit den Einen an hier Oh, die weiß nicht Ich geh wieder weg Davon zu feed Ich geh wieder weg und bleibt weg ich habe mich gerade wirklich ohne Scheiß zu Todes erschrocken ich habe mich gerade ich habe mich gerade ich habe mich gerade okay also wegen den jüngsten Ereignissen würde ich einfach mal behaupten wir speichern jetzt ganz schnell und dann machen wir ab wir werden nicht schlafen und und